Ob ein Auto hergestellt, Energie gewonnen und verteilt oder der Verkehr auf Straßen und Schienen geregelt wird, moderne Technik steuert jeden Arbeitsschritt und kontrolliert sich dabei weitgehend selbst. Erfolge der Schlüsselindustrien wie Maschinenbau, Automobilindustrie oder chemische Industrie wären ohne den Einsatz und die ständigen Verbesserungen in der Automatisierung nicht denkbar. Bei der WBS Training AG finden Sie ein arbeitsmarktrelevantes Angebot an Automatisierungstechnikweiterbildungen, zum Beispiel für SPS-Programmierer. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen speicherprogrammierbarer Steuerungen mit Simatic S7 von Siemens und in der industriellen Netzkommunikation. Im Rahmen der Weiterbildung lernen Sie Automatisierungsaufgaben mithilfe speicherprogrammierbarer Steuerungen zu realisieren, Hard- und Softwareprojektierungen durchzuführen und umfangreiche Programmier- und Visualisierungsaufgaben zu lösen. Viele Kurse der Automatisierungstechnik finden im WBS Lernnetz statt. Damit hat die WBS Training AG eine innovative Lernform entwickelt, durch die wir Ihnen regelmäßige Kursstarts zu festen Terminen garantieren können. Das WBS Lernnetz basiert auf einer modernen internetbasierten Kommunikation, durch die Sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet in virtuellen Klassenräumen unter realen Unterrichtsbedingungen lernen. Alle Kurse werden von qualifizierten Fachtrainern geleitet, die im Unterricht jederzeit für Sie da sind. Neben dem Schwerpunktthema der Programmierung wird insbesondere mit dem Einsatz von Hardwarekomponenten der Praxisbezug sichergestellt. Jeder WBS Lernnetz Arbeitsplatz ist zusätzlich mit originaler Siemens Steuerungstechnik ausgestattet. Der Teilnehmer kann die selbstgeschriebenen Programme somit direkt in die Original-SPS, die speicherprogrammierbare Steuerung laden. So lässt sich die Funktionsweise einer realen Anlage direkt vor Ort simulieren. Als Absolventin oder Absolvent einer Automatisierungstechnikweiterbildung finden Sie Beschäftigungsmöglichkeiten in Unternehmen vieler technischer Branchen. Dazu zählen Planungsbüros, Fachunternehmen für Anlagenentwicklung und in Betriebnahme technische Anlagen sowie Technikabteilungen verschiedener Unternehmen, wie beispielsweise Betriebe der Verpackungs- und Automobilindustrie, der Chemie- und Verfahrenstechnik, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie des technischen Vertriebs und der Beratung. Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich zu Ihren Weiterbildungsmöglichkeiten kostenlos und unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017